Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus Kapitel 5, Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist ein Vers, der häufig falsch verstanden wird und von vielen falschen Propheten auch bewusst verdreht wird. Sie würden zum Beispiel Hebräer Kapitel 12, Vers 14 aufschlagen zu dem Thema und das ist ein korrekter Parallelfers, aber sie verdrehen diese Verse. Also, Hebräer Kapitel 12, Vers 14 sagt nämlich, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sie sagen dann, siehst du, wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast, dann bist du nicht gerettet. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann bist du nicht gerettet. Aber das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, stand da, dass jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt. Wir werden durch Glauben gerettet, nicht dadurch, dass wir unser Leben heiligen, dass wir unser Leben verbessern. Siehst du, wenn jemand einfach gerettet wird, an den Herrn glaubt und an welches Leben lebt, dann rate mal, was er ist gerettet. Warum? Weil er an den Herrn geglaubt hat. Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Siehst du, dein Glaube wird dir trotzdem als Gerechtigkeit angerechnet, auch wenn du ein gottloses Leben lebst, auch wenn du gar keine guten Werke vorzuweisen hast, auch wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast. Jagd nach dem Frieden mit dir, der Mann der Heiligung, und die jemand den Herrn sehen wird. Siehst du, wenn du keine Heiligung hast in deinem Leben, wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann warst du nie wirklich gerettet, so nach dem Motto. Das, was die Kalbinisten sagen würden, Hunde wie John Piper, John MacArthur und so weiter. Aber hier ist das Problem an der Sache, wenn sie das einfach so schwarz-weiß auf die Rettung beziehen. Die Bibel sagt in Sprüche 20, Vers 9, ihr müsst das nie aufschlagen, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin reingeworden von meiner Sünde. Niemand kann sagen, ich habe mein Herz geläutert. Geläutert, was bedeutet das? Du musst einfach nur den Vers weiterlesen. Ich bin reingeworden von meiner Sünde. Also lauter zu sein bedeutet rein zu sein. Das ist einfach nur ein älteres Wort. Also wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert? Das ist eine rhetorische Frage. Niemand kann das sagen. Niemand hat wirklich sein Herz gereinigt. Müssen wir ein reines Herz haben, dann müssen wir, also um gerettet zu werden, müssen wir ein perfekt reines Herz haben. Gar keine Sünde haben. Trifft auf niemanden zu. Aber, ja, es ist natürlich Irrlehre, zu behaupten, du musst dich irgendwie heiligen, um gerettet zu werden. Aber wenn wir jetzt Matthäus 5, Vers 8 oder auch Hebräer 12, Vers 14 einfach auf die Rettung beziehen, okay, kann man machen. Aber dann lasst uns das biblisch auslegen, ja. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 8, ihr müsst das nicht aufschlagen, Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und ich habe jetzt leider den falschen Vers mir aufgeschrieben in meinen Notizen, tut mir leid. Aber die Bibel sagt auf jeden Fall, dass Gott ihre Herzen durch Glauben gereinigt hat. Das wäre ein anderer Vers, vielleicht finde ich den auch viel schneller. In Apostelgeschichte 15 ist er hoffentlich auch. Siehst du, unsere Herzen werden gereinigt durch den Glauben. Genau, und das in Apostelgeschichte 15, Vers 9, das wäre der richtige Vers, da heißt es, da machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Wie bekommst du ein reines Herz in Bezug auf die Errettung, um in den Himmel zu kommen? Durch den Glauben. Aber ich glaube gar nicht, dass es die primäre Anwendung ist von dem Vers in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich glaube nicht, dass es hier primär um die Errettung geht. Ich glaube, die hauptsächliche Anwendung von dem Vers ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und wünschen wir uns nicht alle diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn, dass Gott auf unserer Seite ist, dass wir etwas Neues aus der Bibel lernen, dass wir eingeweiht werden quasi in tiefergehende Lehren der Bibel, dass Gott uns dabei hilft, sein Wort mehr zu verstehen, dass wir im Glauben wachsen und dass wir brennende Liebe haben für den Herrn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Hey, das sollten wir uns wünschen. Und das, was damit gemeint ist hauptsächlich, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Glückselig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Wir werden niemals, oder was heißt niemals, aber wir werden in diesem Leben nicht Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber die Bibel sagt zum Beispiel über Moses, dass der Herr mit ihm redet von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wir wollen, dass Gott unser Freund ist, nicht wahr? Dass Gott auf unserer Seite ist, dass wir ein Freund Gottes sind, so wie Mose, wie Abraham. Und dazu sollten wir ein reines Herz haben. Dazu ist Heiligung notwendig, ja. Denn du wirst keine innige Gemeinschaft haben mit dem Gottesuniversum, wenn du einfach ein weltliches Leben lebst. Und da wären wir schon wieder beim Thema 1. Johannes. Ja, ich bin immer noch dabei, eine Predigserie durch 1. Johannes zu predigen. Da geht es sehr viel um Gemeinschaft mit Gott, ja, wie wir in der Gemeinschaft wachsen können. Und wir müssen uns heiligen, nicht um gerettet zu werden. Wir bekommen ein reines Herz, wir bekommen ein geheiltes Herz durch den Glauben. Aber wir müssen ein gerechtes Leben leben, uns heiligen in diesem Sinne, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Gott zu schauen. Glückselig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Psalm 27, Vers 4, da sagt die Bibel, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Gemeinschaft mit dem Herrn haben, das hat nicht jeder Christ, ja. Nicht jeder Christ lebt ein heiliges Leben. Nicht jeder Christ erfährt es, was für ein Glück ist, in diesem Leben schon Gemeinschaft mit Gott zu haben. Siehst du, aus Sicht der Welt könnten die Seelurchpreisungen ziemlich negativ sein. So, warte mal, glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, so, was soll mir das, was bringt mir das? Aber, hey, wir sollten das alles durchmachen, weil wir Belohnungen dafür bekommen, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und eigentlich mit das höchste Ziel ist es was? Gott zu kennen. Gott zu lieben. Und wie erreichst du das? Indem du ein reines Herz hast. Indem du Dinge aufgibst, die die Welt haben will, weil sie denkt, dass sie dadurch glücklich wird. Ja, du wirst kein reines Herz haben, sorry, wenn du mit deinen besoffenen, dummen Freunden jeden Samstag auf Party gehst. Und ein beschissenes Zeugnis bist. Dann wirst du kein reines Herz haben. Und das wirst du garantiert wissen, denn hier ist der Unterschied. Siehst du, Ungläubige, die können in der Welt leben und haben Freude daran, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ihr Gewissen springt vielleicht gar nicht mehr an, weil sie so abgestumpt sind. Aber der Unterschied zu einem weltlichen Christen ist, dass der weltliche Christ zumindest durch den Heiligen Geist weiß, dass dies und das falsch ist. Das ist der gewaltige Unterschied. Er kann in der Welt leben. Er ist trotzdem gerettet, wir wissen das. Aber der Unterschied ist, dass er weiß, dass er ein Sünde ist. Wird er Freude haben? Wird er Gemeinschaft mit dem Herrn haben? Auf keinen Fall.